Ja, danke fürs wieder reinreden in die Aufnahme. Also, naja, Nick hat halt einfach keinen IQ, wir wissen es ja. IQ vom Toastbrot, was ungefähr über drei liegt. Aber gut, damit Moins und herzlich willkommen zu Softback Destiny of Truth. Ich war das jetzt bestimmt schon im dritten Versuch. Daunt habe ich irgendwelche Scheiße damit gemacht. Ich habe es mir jetzt vorgenommen. Ich will das jetzt bitte durchkriegen. Ja, ich brauche, denke ich mal, nicht viel dazu zu sagen. Wir machen ein neues Spiel. Ich denke, den Charakter mache ich auch wie beim letzten Mal. Außer mit einer kleinen Änderung. Ich möchte ihn halt so anpassen, wie ich auch im Reelife aussehe. Aber jetzt kommt erst mal Vorschau, ich bin jetzt erst mal ruhig. Nick, du bitte auch. Alles klar. In den Landen von Zahran, die Menschen in Koopa Keep struggle to stay alive, als sie sind attackiert durch die Rekord Drow Elfs von Larnia. Die Schmerz fällt, als die Menschen begren ihren König für sie zu retten. Ein König der König, known nur als der Grand Wizard. Für 1,000 Jahre lang, die Battle hat sich gewandert. Mit nur der Wunderschöne der Grand Wizard zu retten, seine Menschen folgen. Aber obwohl der Wizard King so unendlich cool ist, die Drow Elf Armies fortschreiten. Sie suchen die Menschen's most treasured relic, die Stick of Truth. But the tides of war is soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. South Park, the Stick of Truth, ja. Ich würde sagen, man muss dazu nicht sagen, es wird natürlich ein 100% Display von mir. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie ihr jeden Sammelgegenstand bekommen. Das heißt, Waffe, Kleidung, Gym-Pokémon, halt das alles. So. Ich glaube, ich nehme das, weil mir das tatsächlich doch noch am ähnlichsten sieht. Was besseres finde ich einfach nicht. Ich habe das Game noch mal kurz angezockt, oder? Vielleicht. Pfff, echt schwere Entscheidung. Nee, ich glaube, dann nehme ich auch meine letzte Frisur hier. Meine letzte Frisur war ja die hier. Ich würde sagen, dann dazu das hier. Dazu meine beiden Standardsachen hier. Hm. Und fertig. Gut. Dann kommt jetzt wieder eine kleine Filmsequenz, Nick. Bitte kurz Ruhe. Mach ich. Ich denke, das ist alles. Ich denke, wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht, Junge. Wir haben wirklich geändert. Wir sind wirklich geändert. Wir sind wirklich geändert. Wir sind endlich wieder gut. Du denkst, es wird besser für ihn besser sein? Ich denke, es wird besser sein. Ich denke, es wird besser sein. Sie werden nicht für ihn hier sehen. Wir müssen nur erinnern, er hat er keinen Blick auf keinen Blick auf. Komm, wir sehen, wie er geht. Hon, sind Sie all dressed? Hey, Champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Uh, sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son, like, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Gut denn, Leute, somit beginnt unser Spiel. Wir haben eine Quest der Neue in der Stadt. Die ganze Grundsteuerung mit I greift man uns das Inventar zu. M wäre Map, die können wir leider noch nicht öffnen. Mit Q und E können wir dann später wechseln. Mit F, ja, stimmt eigentlich alles. Und wie ich schon sagte, ich hab's auch schon im letzten Run gesagt, bei diesem Spiel müssen wir jeden einzelnen Gegner looten. Wir müssen alles, aber wirklich alles, mit dem wir am Ende auch noch alles verkaufen, dann kommen wir gerade so das Geld zusammen für unsere 100%. Aber gut. Nick, gibt es irgendetwas, worüber du mit mir reden willst, weil jetzt kommt ihr erstmal so ein bisschen rumgelaufen? So, du bist gerade wieder einfach mittendrin. Ähm, nee, wir sind erstmal durch. Ich hab grad einmal geschissen. Hab mich jetzt noch einmal geduscht, weil ich mich voll geschissen hab. Boah, Alter. In der kurzen Zeit? Ja. Na, nicht schlecht. Ähm. Das ist so ein Speed-Scheiße, so ein Speed-Scheiß, was der Typ hier ablassen kann. Boah, ganz ehrlich, ich find's ja auch mega, wie du... Das sehen immer in dir aus deiner Klasse, aber na gut. Hä, was hab ich denn zu denen aus meiner Klasse gemacht? Komm, nix. Ganz ruhig. Achso, okay. Du wolltest mir was von deinem Experience erzählen und ich hab was von deinem Bio-Lehren. Ja, von meinem, ich sag mal, bezahlten Praktikum, was ich da hatte. Da, das sowieso... Ich überlege, aber wir würden das aus deiner Klasse sehen. Auf jeden Fall Markus. An dieser Stelle, Gruß an dich, Markus. Ja, ich hoffe, dir hat es so gefallen wie mir. Ist natürlich Quatsch, weil ihm hat's gefallen, mir nicht. Aber dazu gleich mehr. Es ist immer schön, wenn die kleineren Geschwister während der Aufnahme einfach reinplatzen. Gut. Zumal, ich muss mich gerade kurz muten. Also, ich erzähl dir sofort davon. Ich hab halt jetzt am Anfang... Jetzt ist hier wieder... ...Story. Der Anfang ist halt noch so ein bisschen Story. Jetzt momentan ist halt noch Story. Ich bin gerade auf dem Schlachtfeld. Ich hab gerade zweimal abgemetzelt. Halt mal dein Maul. So. Wir haben einen neuen Freund, Leute. Woo. Komm ich hier rein? Nee, komm ich nicht. Ich geh rein. Gut, jetzt kommen wir zu Cartmans Haus. Auf geht's. All hail the grand wizard. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Caldwell Banker. I am the wizard king. But the time for talk is not nad. Let me show you my kingdom. Okay, Leute. Ab geht's ins Königreich von Kubakip. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Ach ja. Ich liebe dieses Spiel. Das Spiel ist einfach zu genius. So, jetzt kommt... Wie gesagt, ich erzähl dir gleich. Du kannst gleich wieder reden. Es ist halt immer noch gerade eine Story. Willkommen zu dem Königreich von Kubakip. Unsere Weaponskrieg hier ist von Clyde, einem Level-14-Warrior. Hier kannst du unsere massive Stables sehen. Übersehen von dem Level-9-Ranger, Scott Malkinson, der hat die Kraft von Diabetes. Und hier, of course, ist die breathwöchentliche und liebliche Prinzessin Kenny. Die fairest Mädchen in all den Königdämen. Don't ask, warum Kenny eine Frau ist. Es ist nur so, wie er sich jetzt rollen kann. Gut denn. Bevor wir weitergehen zu lieben Cartman, können wir uns erstmal drei Freunde holen. Und Kenny können wir uns nämlich auch noch holen. Wir holen uns die Blume, bringen die zu Kenny und haben damit auch ihn als Freund. Gut. Jetzt können wir zum Zauberen gehen. So, jetzt darf ich mir einen Namen auswählen. Es ist vollkommen egal, was ihr hier auswählt. Ihr könnt euch auch rein theoretisch... Mal gucken. Ich nehme mich mal Onkel Ficka. Es wird auf jeden Fall kommen Saftsack. In dem Sinne ist es vollkommen egal. Ihr könnt auf Ja oder auf Nein gehen. Ich empfehle Ja, dann kriegt ihr nämlich ein Hidden Achievement dafür. Sind Sie sicher, Sie wollen... Sehr gut, Douchbag. Du wählst jetzt eine Klasse. Krieger, Mage, Thief oder Geo. Hooray! Jetzt bitte, geh und visit the Weapons shop. Prokure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Would you like to see my wear's weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for... Also wenn ihr auf die Gerüchte für 2 Dollar geht, dann sagt ihr euch fall nicht auf einen Schwindler rein und zieht euch halt die 2 Dollar ab. Unsere erste Waffe. Wir haben uns jetzt den Schurken durchgegönnt. Ist ja halt die Grundsteuerung erklärt. Bogen, also Distanz auf haben wir noch keine. Wir nehmen jetzt unsere Ackerpfe. Ackerpfe. Ah, you have procured a weapon, nurse. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and with the bravery of a noble knight beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be a muse. Go on, new kid. Kick his ass. So, nun müssen wir also gegen Clyde kämpfen. Jetzt wird natürlich die Grundsteuerung erklärt, aber ich glaube, jetzt können wir eigentlich auch schon anfangen zu reden. Ja, ich fange mal am besten ganz am Anfang an. Ja, nicht zu fangen. Das ist so langweilig. Fakt ist jedenfalls, wir sind letzte Woche Montag früh, um 7.45 Uhr halt. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, wir sind nahe der polnischen Grenze gewesen. Irgendwann, wir waren noch... Ich glaube, gereisend hieß die Stadt irgendwie sowas. Oh Gott, ich konzentriere mich ganz so sehr aufs Sprechende. Ich dachte, das Tutorial einfach kacken werden. Jetzt wird uns halt erklärt, wie wir blocken. Beim Blocken gibt es auch den Trick, sobald ihr diesen Kreis seht, immer die rechte Maustaste drücken. Ist an sich eine gute Ding. Okay, es ist Zeit, dass ihr eure heroischen powers benutzt. Usen eure Abilität nimmt Power Points oder PP für short. P-P-P-P. Wenn du einen besseren Namen hast, dann sag es, Clyde! F-P-Ach-Holl! Ich bin der King und ich sage es, es ist PP! Douchebag, usse eure Thief-Abilität, um Clyde zu bezahlen, um den King zu verursachen. Das dürfen wir halt einmal einen gemachten Griff machen. Ich werde übrigens sehr, sehr, sehr viel mit Meucheln spielen, weil das eben die beste Attacke ist. Oh Gott, da habe ich das Block sogar noch verkackt. So, jetzt machen wir noch einmal Meucheln auf Clyde und dann ist auch Clyde weg. War an sich kein schwerer Kampf, wie gesagt, war das Tutorial. Also. Was ich... Okay, okay. Probe dich selbst wertvoll, Dichbag. Jetzt komm in die Wartente und ich werde dich sehen, den Relikt. Ich glaube, was mich persönlich am meisten ankommt momentan, ist, dass ich nicht diese Story-Sequenz skippen kann, aber gut. Wir gehen rein und schauen uns mal das Relikt an. Der Relikt, für den Menschen und Elf are willing die Elf attacken. Oh mein Gott, Defensive Position. Gut, also es kommt, sind wir hier, geht also der erste Elfenangriff los. Ja, wir müssen jetzt das Kingdom of Cooper keep schräg 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 den Stick of Truth gegen die bösen Elfen verteidigen. Gut. Wir müssen jetzt erstmal drei Kämpfe machen, das halt drei Tutorial-Kämpfe sind. Ich er wird jetzt nochmal die Grundsteuerung erklärt, aber die sind jetzt halt nicht schwer. Das kann ich jetzt auch überspringen, das ist jetzt an sich echt nicht schwer. Das ist zum Beispiel sowas, das konnte man nicht blocken, weil man halt getroffen werden muss, da musste man halt jetzt diesen die Stellung war auch gerade ziemlich gut, die da hatte. So, wir werden jetzt auf jeden Fall zuerst mit dem Meucheln an den Elfischen Bogenkämpfer rangehen, weil der meiner Meinung nach schlimmeren Damage austeilen kann. Und jetzt im nächsten Zug werden wir dann den zerstören. Wie gesagt, das ist an sich keine schwere Übung. Es wird einem halt nochmal die Grundsache beigebracht. Hier war halt der erste Teil, wie man sich heilt, sag ich mal. Im nächsten Kampf wird mir dann soweit ich weiß jetzt erklärt. Was war denn das? Ich glaube, jetzt kam Fernangriff und Konter wurde mir jetzt erklärt. Ah, jetzt muss ich ja. So, er ist jetzt auf Konter gegangen. Wir müssen jetzt ihn angreifen, um zu sehen, dass wir jetzt auf Small kriegen, weil er halt Kontert. Und jetzt müssen wir halt mit dem Bogen auf ihn schießen. Ich glaube, er stimmt. Jetzt auf den zu gehen wäre besser, weil er ist auch gleich weg. Jetzt wieder in die Reflexion zu halten, das heißt, wenn wir jetzt Pfeile schießen, kriegen wir die zurück. So, ich könnte ihn halt jetzt angreifen, aber, halt mit normalen Waffe, aber ich greife ihn jetzt mit meiner Spezial-Attacke an. Da habe ich die Garantie, dass er garantiert nach dem nächsten Zug, wenn er mich angegriffen hat, down ist. Sag ich doch. So, und das allerwichtigste, was ihr nie vergessen dürft, ist looten. gut machen, gut machen wir. Wie gesagt, ich finde teilweise die Angriffe echt schwierig zu blocken manchmal. Ihr werdet dann schon sehen, was ich noch meine, aber wir finishen die jetzt erstmal ganz gekonnt mit unserer Spezial-Attacke hier, die auch richtig guten Damage drückt übrigens. Nick, du bist auch noch da, ne? Ja, ich bin noch da. Ich soll ja nicht reinreden, hast du gesagt. Nee, du kannst, ja gut, gleich kannst du wieder reinreden. Ich bin halt fast durch mit dem Tutorial. eigentlich durfte ich jetzt durch sein im Tutorial jetzt ist nur noch mal kurz story wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann halte ich nicht auf train. Also. Oh mein Gott, oh mein Gott, Patrick. Fresse! Fresse! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, the duke may be a douchebag like, you sure can't fight! Shut up, Scott, nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters and 6th graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Gut, auf geht's, Nick. ab jetzt können wir reden. Also ab jetzt können wir halt richtig reden. Ab jetzt ist halt erstmal Anfangserkundungen. Gerade auf dem Schlachtfeld und ich werde gerade so mega abge... Oh Gott, oh, ich springe in der Fall. Ich werde so mega abgefarmt. 6, 7, 1. Ach, natürlich, natürlich, das habe ich... Das vergesse ich immer. Also Leute, wenn ihr mit Eric hierher geht, dann wird euch Polypupsbübchen als Freund, als Freund, ja, als Freund edden. Das vergesse ich jedes Mal. Das ist meiner Meinung nach mit eines der schwersten... Achso, übrigens, wir haben eine Aufwertung, stimmt ja. Äh, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das Möcheln-Skill ist meiner Meinung nach mit der beste Skill, die man haben kann. Drückt halt wirklich mega damage und alles. Dann haben wir jetzt auch schon eine der Unterhosen. Ihr werdet noch sehen, also alles, was ich jetzt hier mache, wird dann halt schwer darauf hinarbeiten, dass wir halt zum einen unsere 120 Freunde kriegen und unsere ganzen Waffen. Es gibt ein paar Waffen, schrägstrich ein paar Chipokémon, schrägstrich ein paar Ausrüstungspiel, die man verpassen kann. Aber wenn ihr mir folgt, dann dürft ihr die eigentlich nichts verpassen. Okay, wo können wir denn jetzt hin? Können wir jetzt hier rein? Dann ist hier ein Schimpokémon. Die konnten wir noch nicht rein, ne? Genau. Aber hier können wir jetzt rein. Gut, also Nick, kannst du dich jetzt mit mir unterhalten? Wärst du so weit? Ja. Gut, pass auf, dann könnte ich dir jetzt ja mal erzählen, wie es bei mir war. Also wir sind hier am Montag losgefahren. Moment, ich habe gerade einen Vorteil bekommen. Das war, Moment, genau, das war das hier. Wir sind halt am Montag relativ früh losgefahren und kam dann halt knapp gegen 11 Uhr an, dann gab es halt Mittagessen und dann Nachmittag war noch mal frei. Da war halt gar, es war, ne, der erste Tag ging halt. Ich habe halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag musste ich, sag ich mal, halt arbeiten. Und also mein, äh, mein Spaßfaktor, den ich da hatte, war von Dienstag. Also man könnte eigentlich meinen Spaß mit einer Kosinus-Funktion beschreiben. Wobei man einfach sagen muss, dass meine extrem eingebrochen ist und extrem komisch zu beschriften wäre. Fakt ist jedenfalls, der erste Tag war an sich mega geil. Wir hatten halt alle mega Spaß, wir haben halt alle richtig, ich sag mal, jetzt hier, wir haben halt die Gegend erkundet, ich habe halt ein bisschen trainiert. Dann kam halt der erste Tag, ich musste früh um 8.30 Uhr da sein, das ist viel später als die meisten. Ich hatte, wie gesagt, ein mega Glück mit meinen Arbeitszeiten. Mein Zimmernachbar, der Markus, auch wieder hier einen Gruß an dich, Alter. Musste schon um 7 Uhr bei der Arbeit sein. Früher ging es einfach gar nicht. Und ich halt erst um 8.30 Uhr, was ich halt mega geil fand. Ich bin aber trotzdem immer so mit ihm zusammen aufgestanden, weil es war einfach mein Schulrhythmus, ich konnte dann nicht mehr schlafen. Und am ersten Tag war es halt so, ich wurde halt Peter, ich weiß, das muss man jetzt mir eh nicht gucken. Ach Gott, jetzt kam das. Jetzt wird mir hier Timmy erklärt. Geht auch schnell. Also ich wurde dann halt zusammen mit Peter eingewiesen. Er musste in die Alten fliegen, ich musste in die Und es wurde halt der ganze Scheiß erklärt. Jetzt kommt hier noch ein Viererkampf. Ja gut. So, auf geht's. Wie gesagt, der Anfang ist relativ lang, weil ich kann euch versprechen, dass es noch interessanter wird. Ja, erhöht der Spasteil seine Rüstung. Flachwichser. Irgendwann haben wir dem schon mal einen Schildangriff weggegeben. So, jetzt müssen wir uns halt mit Butters verarzten lassen. Ich überlege gerade, das lohnt sich nicht, weil der da drüben noch Rüstung hat. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal auf dem und hauen den mit einem Schaden, weil ich ihm heim will. Ah Gott. Die kann man nicht blocken, egal was man macht. Weil man jetzt halt erklärt kriegt. Lass man jetzt... Ja, ich blute. Dann verliere ich jede Runde was. Jetzt muss ich Mineralwasser trinken. Das ist gut, von Spritzi. Jetzt habe ich keine Debuffs mehr. Oder was auch immer drin ist. Könnte auch Wodka sein. Gut, als allererstes holen wir mal den Bogenschützen weg, weil der kann dann doch ziemlich auf die Eile gehen mit dem Fallen. Und Badas wird jetzt ein Hammer der Stürmer auf die beiden vorne machen. Sobald er dran ist. Das Problem ist, dass die meisten immer Butters haben wir sehen. Aber gut, Hammer der Stürmer auf ihn. sind es ja auch beide down. Was? Der lebt noch? Wie viel HP? Ja, sechs. Alles klar, ey. Arsch. Machen wir den noch weg. Gut, er drüben mit drei HP. Kurz vor knapp am Recken. Ja, fünf HP halt. Geht halt jetzt recken durch Badas. Gut. Ich glaube, das war jetzt erst mal der letzte Kampf, den ich euch gezeigt habe. Danach werde ich jetzt, falls jetzt langweilige Kämpfe sind, die werde ich dann erst mal rauskannen. Und diesmal denke ich auch sogar dran. Nicht wie beim letzten Mal liegt, du erinnerst dich? Ich kenne deine ganzen Geschichten. Ja. Also pass auf, am Dienstag wurden wir beide eingewiesen und ich musste halt in so einen Morgenkreis rein. Dort wurden halt solche Standard-Sachen halt gefragt, zum Beispiel, welcher Tag ist heute, welches Wetter ist momentan, welchen Monat befinden wir uns. So war es halt. So, das könnte spannend. War das spannend? Nee, wird es nicht. Wurde uns, wurden wir, ja. Und halt bei diesem Morgenkreis habe ich halt einen Platz neben einer gehabt, die hat halt alle fünf Minuten mal mit ihrer Hand so einen rübergerutscht und hat mich halt einmal aufs Knie geschlagen. Hat halt schon ziemlich genervt, weil ich mir dann halt gedacht habe, so, muss das jetzt eigentlich sein? So, naja. Und das hat die halt über der Morgenkreis gehen und schon ziemlich lange, weil der wirklich so, ich will jetzt nicht rüde werden, aber die waren dann wirklich einfach so dumm zum Scheißen, die wussten dann wirklich gar nichts. Also, am dritten Tag war es besonders schlimm, aber da im Ernst, wobei doch es ging, also die haben nur drei Anläufe gebraucht, um den richtigen Tag zu erraten und sie haben auch nur, oh Gott, jetzt. Und sie haben, glaube ich, auch, wie lange haben sie nur gebraucht? Sie nicht lang jedenfalls und dann, oh, das geht Meuchel natürlich nicht. Wie viel Rüstung hat der? 16, dann muss ich einen Power-Schuss machen. Mach! Okay. Und die hat mir halt die ganze Zeit aufs rechte Knie geschlagen, weil die halt rechts neben mir saß und irgendwann dachte ich mir halt, ich war halt einer der wenigen, der überhaupt singen konnte, Schrägstrich überhaupt lesen konnte. Da habe ich mir halt so gedacht, komm, warum mixen die mal nicht das Gesangsbuch aufs Bein? Das ist doch eigentlich eine gute Sache, dann schickt die halt auf das Gesangsbuch und nicht auf dich. So, soweit so clever gedacht, denk mal, dass das Buch aufs Gesangsbein, was macht die? Schlägt mich einfach ins Gesicht. So, danach wurde die Aster von mir weggesetzt, weil das dann selbst der Betreuer mitbekommen hat. Och, ja, Konterhaltung, halt dein Maul, Alter. Wie man, der mich aufregt, ey. Ich wusste, dass er noch das Stein kommt, so als allererstes den hier. Aber mit Batters kann ich hier ja nicht angreifen. Das ist halt ein bisschen taktisch, denke ich, so hat er schon ziemlich angesackt, dass ich mich halt die ganze Zeit schlagen lassen musste und dann hattest du halt... Nein, ich... Oh, ich hab die falsche... Oh, nein, 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 nein. Falsche Taste, Appi. Fakt ist jedenfalls, irgendwann, als wir dann endlich mal durch haben mit dem Morgenkreis, was an sich schon ziemlich nervig war, war ja abgesehen, wir hatten halt einen, der saß halt im Rollstuhl die ganze Zeit so äh, 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 gemacht. Dann hatten wir eine, die ganze Zeit so... Wie soll ich das beschreiben? Stellt euch vor, wenn ihr in Shirt dann habt, ihr beugt euren Kopf so nach schräg rechts unten vorne und steckt euch dieses Halsloch da so rein, dass ihr mit der Nase da drin seid und dann sagt ihr die ganze Zeit so So ungefähr ging es dann auch da die eine Stunde lang. War schon eine ziemliche Zerreißprobe. Danach haben wir Mensch ärgere dich nicht gespielt. Wie soll ich sagen? Der eine hat, wenn er gewürfelt hat, alles bewegt, außer seinen Figuren. Die andere konnten nicht mehr würfeln und der dritte hat dann später im Rage das Spielfeld geflippt. So, der erste Tag war... Warte mal, hier war... Der Mann, der... Ne, die Frau war drin, ne? Genau. Genau. So, haben wir wieder einen neuen Freund. Hier oben war dieser Pete Melman, soweit ich weiß. Genau. Ne, der Pete war es einfach nicht. Und damit haben wir auch schon unsere Erstlusten bekommen. Hat jedenfalls ziemlich angesagt am Nachmittag dann... Das war nur der Vormittag, ne? Am Nachmittag sind wir dann halt spazieren gegangen und das war für mich die absolute Zerreißprobe. Steht euch vor, ihr habt jemanden neben euch, der permanent, und ich meine wirklich permanent, das heißt, alle zwei Sekunden, über einen Zeitraum von knapp zwei Stunden, permanent mit seinen Zähnen knirscht, dass man das bis zu zehn Meter weit hört. Ich war kurz vor Durchdrehen. Es ging die ganze Zeit nur... Ich... Ich weiß... so kurz vor der Eskalation einfach nur die ganze Zeit. Das eins, was mir davon abgehalten hat, war der Betreuer, weil der war halt echt lässig drauf. So, jetzt kriegen wir Unterhose Nummer zwei und eine neue Quest. Boah, ich hab grad mega schnupfen. Nick? Ja. Wär schön, wenn du auch was redest, was ich hier reinmach, ist eher so ein Solo-Commentary. Aber ich seh schon, dir gefallen meine Geschichten, die ich hier erzähle. Ja, die sind allerherrlichst. So, ach ja, genau, das allergeilste war ja auch am ersten Tag. Waren wir dann halt mit dieser Behindertengruppe wandern. Zumindest gab's, zumindest konnte mehr als die Hälfte von uns laufen. Das war schon mal mehr als ich erwartet hatte. Okay, warte, jetzt gibt mir das jemand eine Quest. So, jetzt müssen wir bei der Kirche hier das Tablet von dem Film. Ach ja, genau, hier kann man noch nicht rein. Da gab's dann, das können wir erst sehr, sehr später hin, aber da ist eigentlich nichts Wichtiges drin. Also, am Nachmittag jedenfalls sind wir halt sehr, sehr lange gelaufen. Und, war das die Garage, die nicht aufging? Doch, die ging auf. Und dann hatten wir halt am Ende eine Raststätte und da sollte ich halt gleichmäßig Getränke verteilen, ja? Wir waren zu siebt. Ich, der Betreuer und halt fünf der Behinderten. Kein einziger von den Behinderten hat es geschafft, sein Getränk zu trinken, ohne dass es einen Unfall gab. Mein Gott, aber warum du denn weckerst? Ich meine, die Leute, die behinderten finden ja auch nichts dafür. Du musst es mal von der anderen Seite sehen. Ja, ich weckere, nur weil ich meine Arbeit halt dort scheiße fand. Mir hat es einem persönlich überhaupt nicht gefallen. Ich hab's, ey, jawohl, jawohl, jetzt ist das, so das Geld verschwunden oder was, so weit kommt's noch.